Hallo Freunde, ich spiel hier nur an meinem Klavier. Am Kühlschrank. Ja, ich hab ein Kühlschrankklavier. Da sind auch Brote drin. Was? Ein Brot? Ich bin Brot. Ja, kleines, klitzekleines Toastbrot da drin. Es liegt auf dem Tisch und muss zum Toaster hin. Ja, ein kleines Toastbrot hat ein schwerer Weg vor sich. Doch wir machen da gern mit und lassen ihm nicht in Stich. Ja, klitzekleines Toastbrot. Viele Gefahren lauern auf dich. Aber da steht auch ein Skateboard. Vielleicht fährst du mal da mit. Wir müssen jetzt zum Toaster. Und das Brot muss auch da hin. Und wenn wir dann mal da sind, dann bleiben wir da drin. Ja, er fängt an zu rosten. Rostig braun kommt er wieder raus. Und dann muss er auf den Teller. Oder er springt gleich mal raus. Ja, klitzekleines Toastbrot. Muss zum Toaster hin. Und wenn wir dann auch mal da sind, dann lassen wir ihn da drin. Ja, klitzekleines Toastbrot. Leicht wird der Weg nicht. Aber wir machen da schnell mit. Nein, wir lassen sich nicht im Stich. Denn klitzekleines Toastbrot. Ja, wir helfen dir ja gern. Entweder hier aus der Nähe. Oder auch von fern.